Ich muss sie aufzurechnen. Na ja, stimmt. Lars ist jetzt home alone. Gibt es hier auch einen Schlüssel, oder wollt ihr die Küche aufpassen? Nein, nicht den Schlüssel. Aber hier ist gut. Okay, müssen wir gleich auswetzen. Der sieht aus, als würde er das Arme nehmen. So, nochmal Schlüssel. Hier ist alles so. Mach mal immer auf dem Gleichen, ey. Gut, vielleicht hofft er vielleicht kein Flur mehr. Oh, nicht gut. Du bist ja hier. Ich habe mit einem Flur mehr dran gewonnen. Ich werde mit dem Flur mehr zu vertreten. Ich werde mit dem Flur mehr zu lassen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.